Hier ist ein Haus in Sindelfingen, Baden-Württemberg. Das Wohnzimmer ist vor der Terrasse. Die Küche ist neben dem Wohnzimmer. Die Toilette ist neben dem Foran. Gehen in das Kinderzimmer ist verboten. Neben dem Vorarm sind zwei Schlafzimmer. Das Baditzimmer ist in dem Schlafzimmer. Hier ist mein Schlafzimmer. Das Bad ist auf der Linken Seite. Ich stelle die Komodo neben dem Bett. Hier ist mein Tisch. Ich setze der Tisch auf der Linken Seite. Ich stelle der Stuhl unter der Tisch. In der Mitte auf dem Zimmer, ich lege der Teppich. Hier ist Ihn Zimmer. Ihn hat das Bett an die Bahn gestellt. Es hat die Komodo neben das Fenster. Er hat den Tisch auf der rechten Seite gesetzt. Auf der Tisch. Er hat ein Pflanzen gesetzt. Ihn hat der Stuhl unter den Tisch gestellt. Ich stelle in das Wohnzimmer ein Sofa auf der rechten Seite gesetzt. Die Stehlampe ist neben das Sofa. Die Fernsehtisch ist auf der Linken Seite. Ich stelle das Buchregal zwischen die Fenster. Ich stelle den Kaffeetisch in der Mitte auf das Wohnzimmer. In die Krüche. Ich stelle die Ofen auf die rechten Seite. Ich stelle der Herd auf die Ofen. Ich setze die Kohlschrank neben die Ofen. Ich stelle die Pflanze vor die Küche. Ich stelle die Pflanze vor die Küche. Ich stelle die Pflanze neben die Wand auf die linken Seite. Ich stelle die Pflanze neben die Wand auf die linken Seite. Ich stelle die Pflanze vor. 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 Bis zum nächsten Mal.